Hallo Leute, ich habe euch erwartet. Na, wer geht's denn, Paulette? Mir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut. Hey, schaut mal meine Katze an. Da ist mein Kanal drauf tätowiert. Was, dass du nicht tätowiert hast? Doch, das ist tätowiert, das ist nicht drauf gepinselt. Du hast deine Katze tätowiert? Ja, guck sie an. Deswegen guckt sie auch so. Okay.